Gruß und Danke nochmal an die Mosaik-Bürse Kulturhaus Wolfen vom 12. November 2022 und besonders an den Organisator und Gastgeber Tangentus und an alle Mosaik-Freunde und Macher von Mosipedia, von Mosaiker, Mosaix, Digiton, die Modellbauer, Modell-Service-Bauer in Thüringen die kommen gleich hier, dass man einfach mal das in den Überblick bringt. Rainer Grünberg, Michael Hebestreit, ich will gar niemand übersehen aber das sind doch sehr viele. Das sind wieder Beispiele hier vom Modellbauer. Wunderschön die Knödelkanone und und natürlich die Goldene Rübe. Witterrunkel, für mich eines der gelungensten in den letzten Jahren. Mein Lieblingswerk jetzt, Goldene Rübe oder die Heimkehr aus dem Orient. Wir hatten über Tangentus gesprochen. Hier das Tauchboot von Sinus Tangentus. Ich suche aber noch die zwei Modelle. Mal sehen, ob das jetzt über das Mosaik-Forum auch klappt. Hier haben wir noch einen kleinen Gast, unserem Pittiplatsch der Liebe. Hier sind die ganzen Mosaiker und ich habe es ja noch im Lesezimmer noch. Chattanooga hier. Das Modell von Modellbauer, Bauservice-Bauer. Marc Lehmstedt, Geheime Geschichte der Dicke Dachs und Aeronautik von unserem dieses Jahr verstorbenen Freund Jörg Fiedler-Fiedl. Wie wir auch gedacht haben. Hier noch Mosaike. Dicke Dons ist nur eine Auswahl. Mosaiker. Sehr beliebt. Mosaike. Raumschiff XR8. Hier haben wir noch ein paar Gäste mit Donald Duck und Mickey Mouse. Mosaike Dons. Und jetzt kommen wir noch zu Ritter Runkel. Dick. Und hier die Gäste fix und fax. Jürgen Kieser. Rimmelwild von Mosaik hinten. Und hier haben wir noch die Mäuse. Und hier der zweite Gruß für alle Mosaik-Freunde. Danke für die Bilder von Tobi und für den Alex. Wir haben einen kurzen Ausflug mit Perioden. Ein kleiner Gast hier. So ähnlich wie der Pitti Platsch der Liebe draußen. Wir waren jetzt mit meinen Eltern, die 88 Jahre alt sind, im Karl-Mai-Museum. Im neu gebauten Karl-Mai-Museum in Hohenstein-Ernsttal. Hier wird auch immer noch an die Dicke Dachs-Ausstellung mit Mosaik gedacht und hier oben haben wir eine kleine Auswahl an Mosaikern. Verschiedene Ordner. Und hier die Red Print. Und ich öffne mal kurz. Natürlich auch die Abra-Faxe. Aber da kommt ein getrennter Bericht noch dazu. Und viele Grüße. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.